Hallo liebe Zuschauer, ich bin's wieder. Ich führe euch was über Roller-Roll-Reifen. Manche können das nicht und ich mache ein paar Tricks, die ich gelernt habe. Und ja, erstens, ich stehe gerade. Hier muss eine Lücke sein, festhalten. Und diese Übung heißt Schwimmen. Ihr haltet das hier in der Mitte fest, wo ihr so gemacht habt, hier in der Mitte. Und dann macht ihr so, gucke. So, ich mache es einmal langsam und einmal schnell. So. Seht ihr? So geht es. Nächste Übung heißt Im Kreis drehen. Warte. Nein. Das war ein bisschen den. Ja, das. Und dann. Diese Übung heißt Moody-Kuh. Und diese Übung heißt Hals drehen. Ich muss es erst mal testen. Und los geht's. Warte, warte. Nein. Wir sehen uns in der nächsten Show wieder. Und ja. Wir sehen uns in der nächsten Show wieder. 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 Vielen Dank.